Ja, halli, hallo zusammen. Willkommen zurück. Ich mache heute etwas mit den Abonnenten. Ich werde gleich nachher ein paar entweiten. Und mal gucken, wer die annimmt. Und zwar habe ich hier drei Boxen. Ich werde jetzt in diese drei Boxen Waffen reinlegen. Fangen wir mal ganz unten irgendwo an. Eine hiervon, eine hiervon, eine davon. Eine davon, eine davon. Hier die noch. Nur das ist die erste Box. Dann ab zur nächsten. Nehmen wir hiervon wieder ein. Und davon. Und davon. Packen wir hier eine Totengräber und eine Hydra rein. Und das. Das ist die nächste Box. Und dann so und so. Die brauchen wir noch. Kommt das noch da rein. Hiervon noch eine. Und packen wir eine 106er Toten da rein. Und die brauchen wir noch. Das da noch rein. Und den da noch rein. Ich habe jetzt nicht gezählt, um ehrlich zu sein. Aber es sind ja jeweils immer ein paar Waffen drin. Die Boxen machen wir jetzt zu. Ich glaube hier ist ein bisschen weniger, deswegen tun wir jetzt hier nochmal eine Totengräber rein. Und jetzt gehen wir in meine Liste. Und jetzt gehen wir in meine Liste. Wir spielen alle Battle Royale. Wir spielen alle Battle Royale. Und den einmal. Abwesend. Tja, wenn wir den nicht annehmen, ist es natürlich ein bisschen blöd für die. Hier kommt einer schon mal rein und nehmen wir den noch einmal. Boxen stehen, die Leute kommen. Hallo. Hi. Warte, frag, ist das wieder nett los? Da ist ein bisschen viel gebaut, deswegen dauert das ein bisschen am Laden. Ich hoffe, du hast mal gerade so fünf bis zehn Minuten Zeit. Ja. Ich suche gerade noch zwei andere und dann geht's los. Mit was? Mit dem Gewinnspiel. Hier. So. Wer nehmen wir denn noch? Das sollte gut befolgt zu sein. Hm. Den können wir nochmal einladen. Hm. Hm. Mh. Leider mache ich sowas gar nicht. Ich mache auch keine Videos in dieser Art. Ja, dann haben wir alle. Passt. Das sage ich euch sofort, sobald alle drei drin sind. Hallo? Hi. Was hast du mit allen geladen? Für ein Gewinnspiel gerade. Ich habe gerade einfach durch die Freundesliste durchgesappt und ein paar Leute invited. Ihr habt halt zuerst angenommen, euer Glück. Wenn du mir in der Einladung schickst, lebe ich immer an. Ja, die meisten spielen momentan gerade Battle Royale, aber ist ja nicht so schlimm. Dann habt ihr mehr Glück. So, der dritte ist auch gleich da. Ich habe die ausgemacht. Man kann ja Kopf und Rucksack wegmachen. Jo, moin moin. Ihr hört mich alle, ja? Ja. Pass auf. Ich habe hier drei so Boxen. Jeder sucht sich eine aus und stellt sich einfach davor. Diese Holzboxen. Diese Holzboxen. Das sind genau drei Stück. Jeder nimmt sich eine. Ne, Ninja, du bist zu weit. Ninja. Ist gerade nur noch die Mitte frei. Genau. Oh, Alter. Oh mein Gott. Der... Alter. Was ist mit den Waffen? Die dürft ihr alle behalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja drüben, Blöder. Die freuen sich. Wie geil. Jo, machen wir sofort. Ja, ihr könnt es jetzt machen. Ich habe Platz. Ist okay. Was? Never. Oh mein Gott. Das ist nicht so los. Jo, danke dir. Oh mein Gott, danke. Danke. Jo. Ja, bitte, bitte. Hydra-Send. Ja, das war das Gewinnspiel. Das war der 60er Totengräber. Das war der 60er Totengräber. Zweimal. Ja, ich habe unterschiedlich gedroppt. Die waren jetzt nicht alle gleich. Also... Ja, danke schön fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.